Hey, schön, dass du hier bist bei dieser Folge. In dieser Folge geht es darum, wie Erleuchtete mit Krisen umgehen. Und das ist etwas, wo wir nicht unbedingt jahrzehntelang meditieren müssen, um die Mechanismen in unser Leben zu bringen, sondern wenn wir sie verstehen, können wir mit kleinen Tricks das auch jetzt schon erleben. Und darum geht es heute in diesem kurzen Video. Falls du das erste Mal hier bist bei diesem Video, dann lade ich dich ein, den YouTube-Kanal zu abonnieren, um weiterhin das Beste aus der buddhistischen Psychologie, aus der Meditation, aus der Psychologie und aus all diesen Lebensbereichen zu bekommen, wo dir helfen, innerlichen Frieden zu finden, wo dir helfen zu wachsen, wo dir helfen, ein bewusstes Leben zu leben, das Freude macht. Jetzt die Frage, wie gehen Erleuchtete mit Krisen um? Vielleicht mit so einer Krise, in der wir gerade leben, aber das muss gar nicht so eine kollektive Krise sein, sondern es kann auch eine individuelle Krise sein, Krise mit einer Partnerschaft, Krise im Beruf oder auch eine gesundheitliche Krise. Wie kann man damit gesund umgehen? Und ich hatte die Ehre, aus meinen eigenen Retreats, wo ich viele Wochen oder sogar Monate mit Zen-Meistern, also erleuchteten Meditationslehrern gesessen bin und meditiert habe, zwölf Stunden am Tag, vierzehn Stunden am Tag, über mehrere Wochen, und durfte miterleben, wie diese Menschen wirken, sind. Viele Freunde von mir sind, Zen-Mönche oder Zen-Meister sogar. Und es gibt diesen einen, diesen einen klaren Unterschied zwischen 99% der Menschen, die dort draußen durch die Welt laufen und sich in dieser Krise verlieren und den Menschen, die Meditation und Achtsamkeit praktizieren. Aber du brauchst gar nicht unbedingt Meditation und Achtsamkeit bereits lange meditiert haben, um das in dein Leben zu bringen. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist folgender. Und dazu leite ich dich ein, jetzt wirklich wach und präsent zu sein, um den zu verstehen. Die meisten Menschen, nehmen wir mal diese Krise, in der wir jetzt sind, nehmen diese Krise über Informationen wahr. Beispielsweise, sie lesen Nachrichten, sie unterhalten sich mit anderen Menschen, sie bekommen die Informationen oder sehen das Problem vor sich, aus dem sie gedanklich ein Problem machen. Das heißt, der Streit mit dem Partner wird interpretiert, oh Gott, wenn ich mit meinem Partner streite und der Partner, der mich dann verlässt, dann werde ich vielleicht meine Wohnung verlieren, verliere meine Sicherheit, verliere diese Liebe, nach der ich mich immer gesehnt habe, oder im Beruf, gibt es zu viel Stress, zu viele Anforderungen. Und wir denken, ganz wichtig, das Wort denken ist dort wichtig, wir denken, oh Gott, wenn ich diesen Beruf verliere, dann habe ich kein Einkommen mehr, ich kann mich nicht mehr um meine Familie kümmern. Oder wir merken gesundheitliche Probleme. Und aus diesen gesundheitlichen Problemen entstehen Gedanken von, oh Gott, wenn ich jetzt weiter krank werde, ich muss doch weiter funktionieren, ich muss doch meinen Liebsten gerecht werden, ich muss doch irgendwie um meinen Lebensunterhalt, ich will mir doch einfach nur gut fühlen. Und du merkst, wie diese Menschen aufgrund von äußeren Eindrücken, die sie durch sehen, durchs Riechen, schmecken meistens weniger, aber durchs Hören und durchs Fühlen in ihr System über die fünf Sinne aufnehmen, interpretieren die diese Informationen als Gefahr. Was erst mal nicht gut und nicht schlecht ist. Aber das Problem dabei ist, die hängen dann den ganzen lieben langen Tag mit diesen Gedanken, mit den Gedanken im Kopf. Das heißt, wenn sie dann auf dem Weg beispielsweise von der Arbeit nach Hause sind, wo vielleicht auf der Arbeit gerade viel Stress ist und viel Druck ist, denken sie weiter darüber nach. Sie liegen im Bett, denken weiter darüber nach. Die sind einkaufen, denken weiter darüber nach. Sie haben einen Streit mit dem Partner oder irgendwas ist passiert und die grübeln ständig darüber nach und halten ständig mit ihrem Geist, mit ihrer Aufmerksamkeit, sind sie im Denken, sind sie hier oben gefangen. Du kannst es dir wirklich so vorstellen, ihr ganzes Bewusstsein ist absorbiert im Denken. Es absorbiert in den Problemen. Und selbst wenn die Probleme im Außengerade nicht da sind, beispielsweise wenn man dann abends im Bett liegt, ist nicht der Chef um die Ecke. Oder wenn man einen Spaziergang macht, ist nicht die aktuelle Krise um jede Ecke. Aber in ihrem Geist ist die Krise fortlaufend da, weil sie ständig im Geist feststecken. Und was ist das ganz genau? Lass es uns wirklich ins Detail verstehen. Was es ist, ist eine Form von ich gebe meine Aufmerksamkeit unbewusst ständig den Gedanken. Ständig den Gedanken. Und was ist jetzt der Ausweg? Der Ausweg ist der, und das machen alle, die lange Meditation praktizieren, Sennmönche, Sennmeister. Diese, wenn ein Problem auftaucht, sind sie für das Problem da. Wenn zum Beispiel Streit ist, reden sie. Wenn es etwas zu tun gibt, tun sie etwas. Aber sobald es nicht mehr direkt da ist, sind sie dort, wo sie dann sind, im jetzigen Moment. Die können einen Moment einen Streit gehabt haben und im anderen Moment sind sie einfach nur da und trinken vollkommen bewusst diesen Tee. Die haben ihren Geist geschult, immer im jetzigen Moment zu sein. Und was bedeutet es, im jetzigen Moment zu sein? Das bedeutet, nicht im Denken zu sein. Weil die meisten Menschen, wenn sie Streit haben, sind völlig absorbiert die nächsten Stunden oder Tage oder sogar Monate. Manche sind ständig absorbiert über ihre Geschichte, über ihre Probleme im Kopf. Diese sind direkt hier im Leben. Und wie kannst du das schneller in dein Leben bringen? Es gibt so einen Schlüsselsatz, den ich meinen Mitgliedern beispielsweise in der Achtsamkeitsakademie immer mitgebe. Und dieser Schlüsselsatz ist, wo ist die Gefahr jetzt? Wo ist die Gefahr jetzt? Und meistens ist dann jetzt keine Gefahr da. Und alles, was da ist, ist vielleicht nur das Denken. Und dann können wir bewusst unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Dinge lenken, die jetzt hier sind. Eine Tasse Tee trinken. Einen Spaziergang gehen. Die frische Luft spüren. Etwas wahrnehmen. Etwas genießen. Und ja, ich weiß, wir haben diese Tendenz. Wir haben uns darauf trainiert. Du darfst es verstehen. Es ist eine Art von Training. Es ist eine Art von Training, dass du dein ganzes Leben dazu geprägt wirst, uns unbewusst ins Denken, dich zu verlieren. Das ist nur eine Gewohnheit. Eine extrem starke Gewohnheit. Darum meditieren Mönche so viel, um sich von dieser Geisel sozusagen zu befreien, indem sie sich immer wieder, wenn der Geist abdriftet, in den Moment bringen, in dem, was jetzt ist, in dem, was jetzt ist. Immer wieder zurück. Immer wieder zurück. Und je häufiger du dich fragst, wo ist jetzt die Gefahr? Und wenn da keine da ist. Und je häufiger du dich in diesem Moment zurückbringst, beispielsweise jetzt, einfach ganz bewusst hörst, siehst, einfach hier bist. Damit trainierst du deinen Geist. Damit verdrahtest du deine neuronalen Verknüpfungen um, um einfach hier präsent zu sein. Und so ein Cut durch dieses Absorbierte im Denken, wie so ein Schwert, ist so eine Frage wie, wo ist das Problem jetzt? Wo ist die Gefahr jetzt? Wo ist der Streit jetzt? Und auch die Antwort ist meistens, es ist nicht da. Es wäre nur in meinem Kopf, wenn ich es kreiere in meinem Kopf. Aber wenn ich das ziehen lasse, loslasse, indem ich es friedvoll so sein lasse, ganz wichtig, indem ich es einfach friedvoll so sein lasse, das darf dort oben schwirren, meine Aufmerksamkeit gebe ich dem nicht mehr. Und wenn ich dem keine Aufmerksamkeit mehr gebe, gebe ich ihm keine Energie mehr. Und gebe ihm Energie, was jetzt da ist. Dieser Moment. Du und ich.